Wir saßen mal zusammen auf der Couch und haben Queer Eye geguckt. Kennt das jemand zufällig bei Netflix? Tolle Show, wirklich tolle Show. Fünf Typen ziehen durch Amerika, helfen Leuten, die dringend Hilfe brauchen, geben denen Klamotten-Tipps, Schmink-Tipps, Frisuren-Tipps, bauen die ganze Wohnung um. Super Show, ich lieb's, wirklich. Wir sitzen nebeneinander, gucken das, mein Mann dreht sich irgendwann zu mir und sagt vielleicht den schönsten Satz, den jemals ein Mensch zu mir gesagt hat, nämlich, wenn die fünf zu uns kämen, könnten die sofort wieder umdrehen, weil du schon so perfekt bist. Ist das toll? Leider hab ich dann auch noch was gesagt. Ich dreh mich zu ihm und sage allen Ernstes, wir kommen's noch auf die Idee, dass du wegen mir hier selbst bist. Wir kommen's noch. Wir kommen's. Wir kommen's. Ich dreh mich hier.